Oh, da habe ich vor ganzem Pokémon-Spiel doch glatt vergessen, eine Begrüßung zu machen. Na egal, machen wir sie jetzt. Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Bad Wars. Ich und Blocki haben uns weiter versucht an der Challenge, wo wir keine Blöcke benutzen durften. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich spiele dann mal ein bisschen weiter und züchte meine Absols. Nachdem das Ganze ja so wunderbar in der ersten Runde geklappt hat, jetzt eine zweite Runde, wo die Gegner hoffentlich ein bisschen agiler sind, oder? Das wäre cool. Ich muss echt dringend kacken. Ja, schon wieder? Ja. Ich erzähle mal deine Kack-Story vom Dings, von der Gamescom. Dann erzähle ich deine Kack-Story von der Gamescom auch. Ich glaube, wir sind sowieso ziemlich am Arsch, weil es hier kein Eisen gibt. Richtig. Jetzt sind wir wirklich auf die Gegner angewiesen, ne? Können wir irgendwas machen? Klar, wir können jetzt im Moment nichts machen, aber wenn die sich herbauen, müssen die sich herunterbauen, damit wir hochkommen, oder? Richtig. Weil sonst gibt es keine andere Möglichkeit. Richtig. Leitern. Leitern gibt es. Ja, bringt aber nichts. Vielleicht ein bisschen. Wir müssen hoffen, dass sie sich flach rüberbauen, aber das werden sie nicht. Könnten halt Kryptonite kaufen. Aber das sind eigentlich auch Blöcke, aber die würde ich sogar zählen lassen, weil die halt so super teuer sind. Das stimmt. Irgendwas müssen wir ja haben, um uns hochbauen zu können. Und du rüstest dich vielleicht mal aus mit einem Knockback-Stick? Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, oder? Ja, muss ja. Irgendwie müssen wir uns ja verteidigen, wenn die dann kommen. Irgendwas brauchst du ja. Irgendwas, Alter. Also ich gucke schon gerade, ob es hier irgendwo noch einen Weg nach oben gibt, aber selbst mit Jump'n'Run glaube ich nicht. Also man könnte vielleicht mit Leitern schaffen, auf den Baum zu kommen, aber... Ja, das meine ich ja. Das würde ja schon reichen, eventuell, wenn sie sich von oben bauen. Das würde halt nicht viel bringen, ne? Nee, irgendwie. Ah, nee, an Blättern kann man keine Leitern platzieren, schade. Nicht? Ah, shit. Dann haben wir echt ein Problem. Yep. Gibt's... Gab's hier diese Speed-Teppiche? Nee, ne? Das war nicht hier. Speed-Teppiche? Nee, das war Quick Bad Wars. Kauft ihr mal auch eine Spitzsacke, falls wir die in die Spinnweben donnern. Ja, ja. Dann bin ich mit dem Knockback-Stick nicht raus. Ähm, nee, ich hätte gedacht, wir können ja Spinnweben platzieren und darauf die Teppiche, dann hätte man ja auch laufen können. Ach so, ja, ja, stimmt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber... Aber sie kommen. Warte mal, sie kommen wenigstens schon mal. Ja. Geh mal weg, sonst bauen sie sich hoch. Ach so, ja. Ja, halt nur mit Kryptonit, aber das ist viel zu teuer. Hier sieht's echt gut aus. Ja, aber wenn wir sie runterkicken, kriegen wir vielleicht Dings. Also wenn wir 5 Minuten überleben, bekommen wir 2. Ja. Und wenn wir die jetzt noch runterkicken, bekommen wir halt auch nochmal 1 bis 2. Rettungsplattformen kostet halt Gold, das Problem. Ja, kommen wir nicht ran. Es sei denn, sie droppen uns Gold runter. Das machen wir bestimmt gern freiwillig. Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ansonsten leider nicht ist es denn ja... Problem ist halt mit dem Eisen. Wo gibt's denn das Eisen? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in der Mitte? Hä, es muss doch hier irgendwo Eisen geben. Ja, eigentlich schon. Er ist einfach runtergejumpt gerade mit all dem Gold. Ja, läuft bei ihm. Hä, BTF? Ja, wirklich gute Möglichkeiten haben wir nicht, ne? Aber die sind auch alle nicht equipped. Wir haben überhaupt keine Möglichkeiten. Nein, nein, die braucht sich nur früher, das war klar. Oh, Alter, komm. Warum? Wollen wir denn sagen, dass wir Blöcke abbauen dürfen und die benutzen dürfen? Puh. Also heißt ja nicht, dass wir auch welche abbauen können. Tja. Na, irgendwas müssen wir ja machen. Ja. Aber wir kommen ja auch nicht dran zum Abbauen. Richtig. Aber wenn er jetzt hier unten welche platziert oder so, dass wir uns ein, zwei Blöcke bauen können. Er ist auf dem Baum. Okay. Ist auch der andere genau oben. Der Öse. Er hat ein Bogen. Er hat ein Bogen. Hüfel. Ich hab zwei. Ich hab schon mal zwei es gemacht. Ja. Ja, ja, pass auf, er schießt. Ich bin halt überhaupt nicht. Da oben auf dem Baum. Hinter uns. Der zweite ist auch noch da jetzt. Oh, oh, oh. Macht halt gut schaden. Joach. Hm. Ja. Da haben sie einen Block platziert. Einer ist da, einer ist da. Okay. Pass auf, der andere, der andere. Ja, 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 ja. Der ist noch oben, ne? Ja. Block, 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 block. Wir haben einen Block. Wir haben einen Block. Wir haben einen Block, Freund. Au, au, au. Au, Mann. Pass auf, pass auf, pass auf. Das hat weh, Digger. Er platziert mehr Blöcke. Das ist das Blockparadies. Aber wo ist er? Da oben, ich seh ihn. Oh Gott, ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich kann jetzt nicht mit den Blöcken sterben. Komm, schauen. Boah. Okay. Okay, sieben Blöcke. Sieben Blöcke. Was machen wir mit denen? Ich platziere die erstmal irgendwo anders hin, okay? Dass wir die später abbauen können. Ja. Okay, wunderbar. Ich seh nur einen. Mit dem Bogen den. Er platziert gerade wieder Blöcke. Der andere holt anscheinend Gold oder so. Okay, er ist ausgerüstet. Warte, warte, warte. Er kommt. Ja, ja. Ah, ja. Das wird nicht schön. Das wird unschön. Wir müssen ihn nur runterhauen. Nur ist gut. Er ist hier. Hier, hier, hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Spinnen wird nett. Spinnnetze. Mach auf, mach auf, mach auf. Immer wieder nicht. Der Ante. Ja, ja. Aber der braucht ewig, um da durchzukommen. Der hat kein Schwert. Der hat kein Schwert. Ja, ich bin auch down. Ich habe ihn, ich habe ihn. Nice, nice, nice. Sehr gut. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir sieben Blöcke oder so. Das ist schon mal ein Anfang. Damit können wir zumindest vielleicht auf den Baum hoch. Wenn wir es irgendwo ganz geschickt anstellen. Hier ist halt so eine riesen Lücke. Ja. Da würde ich ganz gerne durch wollen, glaube ich. Durch? Ach man, diese Spinnnetze, diese eine hier. Rüstet ihr auf jeden Fall wieder aus mit Rüstung und so, ne? Jo, 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 jo. Das, was wir haben, müssen wir halt nutzen. Ähm, okay. Kommen die schon wieder? Ne. Dann versuche ich mir mal die Blöcke hier alle zu snaggen. Snagse Idee. Ich snagse sie mir. Okay. Hier habe ich nur noch einen. Hm. Es ist zumindest schon mal ein Anfang. Da sollen wir hier hochgehen. So. Dann mit Leitern. Ach so, ja. Ja, stimmt. Obwohl das ein Problem sein könnte, eventuell. Also, das ist schon eklig. Ja, da haben wir diesen einen Blatt da oben. Das ist doof. Aber egal, da können wir daneben Leitern platzieren. Daneben? Ja, daneben ist doch so ein Holzblock. Richtig. Dann sind wir zumindest schon drauf. Okay. Da brauchen wir ein paar Leitern. Ja, ich wollte... Das waren alle Blöcke, die wir haben. Ich habe noch vier. Okay. Vier Stück habe ich noch. So. Okay. Also, einen bräuchten wir ja hier unten noch. Um da hochzukommen, meinst du? Ja. Hier so, ne? Ich werde euch platzieren mal. Hier. Ja. Dann habe ich noch drei. Hier oben sind ja noch sauviele. Stimmt. Ja? Ja, 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 ja. Wir kriegen genug zusammen. Hi. Hier ist ein bisschen eklig, dann da rüber zu kommen. Ja, hier ist richtig eklig. Aber es geht. Es geht, es geht, es geht. Und von hier kommen wir auf jeden Fall auch da rüber, da hoch. Ja, nice. Aber sie kommen schon wieder, pass auf. Kommen sie schon wieder? Ja, sie kommen, sie kommen. Ich weiß nicht, was er da genau macht. Ich baue mich schnell hier hoch. Okay, aber pass auf, er hat einen Bogen. Ich habe ihn. Nice. Okay. Komme ich jetzt mit Leitern hoffentlich. Mit Leitern müsstest du hochkommen. Doof ist halt hier dieses Spinnennetz. Ach so. Das, ähm. Ja. Ja. Um wegzumachen. Okay. Nice. Oh, weh, du wärst mir dazwischen gelaufen. Kommen die da gerade, oder wie sieht's aus? Ne, die kommen nicht. Okay. Ich sehe hier zumindest niemanden. Ich bräuchte noch ein Smaragd halt. Sie sind bei sich in der Base. Ich habe vier Smaragd. Ach so, dann hol den Kryptonit. Damit die an unser Bett nicht rankommen. Wie viel? Der verfolgt, glaube ich. Ja, ja, okay. Alles gut. Ja. Na gut, dann hol ich den Kryptonit und baue den ans Bett oder so. Ja, ich habe den einen runtergehauen. Ich kann auch noch einen Kryptonit holen. Nice. Oder ich könnte sogar einen Bogen holen, aber wir haben halt keinen Dings. Kein Eisen. Aber nice, wir können endlich mal spielen. Das ist doch schön. Ja, das ist sehr schön. So. Okay, ich glaube, du nimmst. Ich glaube, du nimmst. Den pläse ich jetzt einfach hier irgendwo hin. Genau, übers Bett am besten. Da wohl sie abbauen müssten, so oder so. So irgendwie vielleicht platzieren wir einen mal hier so. Achtung, einer kommt wieder. Ah, perfekt. Huh. Oh, nö. Oh, immer diese Spinde im Ätze. Einer ist hier, einer ist hier. Er hat unsere Blöcke weggebaut. Nein. Nein. Ist er tot? Ja. Ja, ja, ich habe ihn getötet. Nein, der kann doch nicht die... Nein. Hier sind noch zwei, drei gewesen jetzt, aber die werden nicht reichen. Ich... Warum? Ja, keine Ahnung. Weil er ein Arschloch ist. Ja, Mann. Jetzt sind hier mal drei neue. Das ist aber alles, was wir haben. Kommen wir ja nicht mal annähernd dran. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwo anders Blöcke haben, die wir nicht brauchen. Ich glaube nicht. Achtung, sie kommen. Geh du mal unten vielleicht. Der hat ein Schwert dabei auf jeden Fall. Okay. Er kommt, er kommt, er ist auf dem Baum. Ja, er wird mich bekommen. Beziehungsweise, er steckt gerade in den Spinnnetzen. Er war jetzt oben auf dem Baum noch. Okay. Also, der wird sich wieder in Spinnnetze setzen wahrscheinlich. Er baut hier irgendwas ab, glaube ich. Ja. Er baut unsere ganzen Dings ab. Nein. Die werden doch never erkannt haben, oder? Nice. Doch, werden sie... Nein. Ich habe ihn, ich habe ihn. Es kann halt sein, dass der nächste schon gleich, wenn er da ist. Hm? Ein Block und eine Leiter habe ich. Okay. Ja, hier oben ist unser Weg natürlich ruiniert. Kommst du da noch rüber? Ja. Ja, einen Block können wir hier unten... Wir können hier unten noch zwei Blöcke entbehren. Diese beiden hier. Können wir entbehren. Nee, da kommen wir ja nicht mehr hoch. Doch, doch, von der anderen Seite. Ach so, okay. Ja, dann... Dürfte das gehen. So, einer kommt wieder. Platzier die vielleicht doch nochmal. Ja. Ich sehe ihn nicht. Er ist jetzt hier oben auf dem Weg. Jetzt ist er auf dem Baum drauf. Okay. Hoffe dir auf jeden Fall auch immer eine Spitzhacke, ne? Hab ich. Er macht schon wieder... Er hat schon wieder unsere Leitern und so weggemacht. Er ist nicht dumm. Er macht wieder alles weg. Ja, kommst du nicht weiter da oben? Ja, nee. Ich wollte nur den Block haben eigentlich. Ah, du hast ihn okay. Bringt uns nicht. Wir holen eine Leiter. Ja, das stimmt. Ja, das ist... Jetzt hat er Spinnennetze da rein platziert. Er ist echt... Er macht das gut. Ja, aber auch nur, weil wir ja halt nichts können. Also nichts kaufen dürfen. Nichts verwenden dürfen. Ja, aber er nutzt das voll aus. Das ist gut. Ja, ja, genau. Als wenn er das... Weiß ich nicht, weiß man das? Kriegt man das mit? Man kriegt das vielleicht mit, ne? Der eine holt sich da wieder Gold oder Eisen. Ja, 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 hier. Ja, genau. Die Ränzenpläge ab. Oh, der ist runtergefallen. Oh ja, Mist. Platzier sich irgendwo hin. Okay, okay, okay. Wenn wir hier den Angriff überleben, aber der wird jetzt vielleicht so lange warten, bis er... Sind sie beide da? Ich weiß sie noch. Ich weiß es auch nicht. Hey. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Nein, also da, ne? Okay. holen. Okay. Ich glaube, ich platzieren den da oben, wo er mal abbaut, weißt du? Ja. Wo wir uns hochkommen, dann bauen wir uns mit Dings, mit Dings hoch. Kryptonit. Oh, ich habe keinen auch noch. Nice. Soll ich? Ja, 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 klar. Du kannst dann auf jeden Fall. Okay. So, warte mal, hier muss eine Leiter ran. Hier eine Leiter ran, so. Dann, äh, hier den Block hin. Ah, fuck. Wir müssen uns halt ein bisschen beeilen, bevor die wieder kommen, ne? Wie viele Blöcke hast du? Er ist schon da, er ist schon, er ist schon, nein, ich bin tot. Nein, ich habe sechs, oben auf dem Dings. Ich habe sechs Blöcke und einen Kryptonit dabei gehabt. Okay, wir haben ihn. Okay, ich habe meinen Kryptonit da oben noch platziert, schnell. Äh, ja, okay, das ist schon mal ganz gut. Das war jetzt nicht wunderschön, aber... Ja, war jetzt nicht unbedingt nützlich, aber, also zumindest so, dass sie da nicht wieder etwas abbauen können. So, haben wir jetzt noch irgendwelche Blöcke, ne? Achtung, einer kommt schon wieder, der Ausgerüstete. Okay. Bist du oben? Ja. Ja. Jetzt nicht mehr. Bist du tot? Ja. Okay. Okay. Er ist hier, er ist hier. Oh. Hier, hier beim Bett, beim Bett schon, beim Bett schon, komm. Nein, ach. Steck da ein bisschen fest. Ja. 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 Bau dich doch nicht ein, so losstab. Einfach auf, einfach auf, einfach auf. Okay, ich bin down. Er hat sich eingebaut. Shit. Mal auf, der nächste. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Den haben wir. Jetzt steckt der, aber er kann sich doch nicht so schnell rausbauen. Ist das eine Spitzacke? Ja. Oh. Ja, down. Ah. Ah. Mann. Damn it, nochmal, Alter. Oh, wie sie sich freuen. Okay. Ah. Es war kein schlechter Versuch, glaube ich. Ja, das war halt scheiße, weil wir kein Eisen hatten und nichts. Wir konnten nichts machen. Ja, ohne Eisen war halt nochmal eine Portion härter, ne? Ja. Ah, Alter. Irgendwie, irgendwie macht das Spaß. Ich weiß nicht, ob es interessant ist zum Zugucken, aber naja. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Vielleicht versuchen wir das Ganze irgendwann nochmal. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil wir haben natürlich den Mordskämpfergeist, nicht wahr? Na klar. Gut. Von daher, lassen wir euch noch oben da, wenn euch die Challenge gefallen hat, wenn ihr mit uns gefiebert habt, ob wir da noch einen weiteren Block bekommen oder nicht. Und schaut gerne bei Blocky vorbei. Ja, gerne. Hallo. Hallo. Hey, das ist der Blocky. Der spricht einen komischen Akzent, habe ich gehört. Ja, nee, nee. Ich bin, ich bin, ich kann das, Junge. Ey. Okay. Bis zum nächsten Mal. Wie stehe ich ihn? Und? Und? Tschüss? Ich hoffe, davon würde jetzt alles hochgegangen. Oh. 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 Oh.